Guten Morgen, heute spielen wir Curve Fieber zusammen mit der Franzi. Hallo. Na du? Es funktioniert. Welche Farbe habt ihr eigentlich? Ach, grün. Du hast grün, okay, ich bin blau. Du bist das komische da oben. Ich mach dich so kaputt, mach ich dich. So, wir starten die Aufnahme neu. Warum? Weil du gerade verloren hast? Weil du mich gerade gef... Ja. Hä, warum sind hier Special Items? Keine Ahnung. Wir sind jetzt auch extra in... Also ich habe eine Lobby, öffentliche Lobby aufgemacht, weil eins gegen eins wäre ein bisschen langweilig, wenn ich gegen Franzi natürlich dann immer gewinne. Verlieren. Verlieren. Das ist richtig. Nee. Du hast nur gerade gesehen, dass ich dich sowas von... Ja, nee, das war jetzt nicht... Ich bin auch ein bisschen... Ich habe ein Handicap, ich bin immer noch erkältet, das hört man. Oh! Ja, eine Runde mit Leid. Armes Baby. 50 Punkte brauchen wir. Mal gucken, wie lange das dauert. Ach du Scheiße, das kann stimmen dauern. 50 Punkte ab. Oder ich. Ob wir ein oder zwei Spiele machen. Mal gucken. Ja, wo ist denn noch blau? Du kriegst nicht über... Du kriegst nicht über... Du kriegst nicht über 10 Punkte. Ganz kurz an Kauf. Und weh, bei dir steht einmal... Slow Connection. Ich rede mir zu selbst. Ich rede mir zu selbst. Oh, was ist denn das hier? Ey, was habe ich mir jetzt kaputt gemacht? Warum bin ich jetzt nicht drin? Was ist das denn? Was ist peinlich? Ich bin nochmal King in dem Spiel. Ne, Daniel. Ja, und... Oh, nur ein Punkt, ich habe drei. Oh, das tut mir aber gar nicht leid. Keiner hat eine Chance, gegen eine Frau zu verlieren, ist peinlich. Ja, gut, es geht um Würste. Also Frauen kennen... Ja, wobei. Hallo? Das ist bestimmt auch gut mit einem Schwänzer. Was? Jetzt reiß dich zusammen. Ja, ja. Da verschlag ich dich nachher. Ja. Ich hätte voll Bock auf Meges. Pass mal auf, du Cheeseburger, ja? Ja, ja. Du weißt, was ich gesagt habe, ne? Ja. Egal, ich sag's was nicht. Ich bin mal Gentleman. Und sag jetzt nicht Big Mac-Siege. Das war echt so leid. Verdammt! Scheiße. Achso, die kleinen Kinder müssen übrigens wegschalten, wenn du rumstöhnst. Achja, das mache ich ja, wenn es eng wird. Aber eng ist ja dember. Kann ich schon weiß. Naja, versuch Franzi extra nachher ein bisschen in die Enge zu treiben. Mhm. Geht sie nämlich richtig ab. Treibst du's gern, ne? Oh, ja. Ah, ich muss ficken. Ich muss ficken, ja. Tut mir leid, ich muss die ganze Zeit noch rüsten. Oh, du auswirbeln. Nein, 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 Nutten. Und das liegt daran, weil er kein Tee trinkt. Aber nun gut. Ich trinke Tee. Ja. Ja. Oh, das ist lässig. Das ist lässig. Das trinkt man doch nicht. Ihhh, ist ja gesund. Bäh. Die ist schmeck scheiße. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Geh weg, geh weg, geh weg. Warte, komm schreit. Nein, ich war du. Jetzt bist du schon tot? Warum bist du nicht tot gewesen? Weil ich tot bin. Warum hast du einen Punkt nur weniger als ich? Das ist peinlich. Weil ich gelbe bin und du nicht. Ich bin auch geil, aber ich bin geiler. Ich hab einen Tickenbonus. Ja, das stimmt. Bei so aus, ne? Ja. Aber normal bin ich echt besser. Ja, das sagen sie alle. Ist so. Das sagen alle. Aber du bist die letzte, du hast da. Hallo. Ganz unten. Wenn ich in die Küche dann unten den Karofieber. Das ist im Prinzip der Fläche. Du willst du was mit mir? Oh, nein, nein. Nein. Juhu. Juhu. Entschuldige. Was? Hast du gerade gesagt, ich will was von dir? Äh, du willst immer was mit mir, hab ich gesagt. Oh, eng, hab ich das geschafft. Als ob ich was von dir will. Gut, und jetzt zum nächsten. Oh, das war eng, das war eng. Die nächste? Ne, das sag ich jetzt nicht. Da war's ja richtig eng. Oh, forgott. Naja. Passt. Ich bin trotzdem über dir. Auch wenn's nur ein Punkt ist. Wer geht's damit? Das ist doch scheiße. Willst du doch nochmal die Aufnahme nachmachen? Ja doch. Nein. Ich weiß, wie er sich kaputt lacht, wenn er das Video anguckt. Daniel. Ja. Normal bin ich auch ganz oben. Der freut sich nämlich immer, wenn ich Punkte verliere. Juhu. 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 Oh, was ist das denn? Was, hab ich dich schon wieder aus dem Spiel gebracht? Hast du das eingesammelt? Du musst das schnell machen? Ja. Den Blitz? Ja, habe ich wahr. Danke. Bitteschön, immer wieder gern geschehen. Ich bin übrigens der Grüner. Ja. Also Ella, kurz gesagt, grün bin ich, die die gerade gegen die Wand gefahren ist. Genau, ich bin Ella. Genau. Ella. 10 Punkte unter mir, das ist echt bitter. Das ist peinlich. Das ist peinlich, weil das hast du sonst nie. Sonst gehen die Sachen aus mit Null zu irgendwas. Ja, immerhin gibst du es zu. Ich höre auf mit meiner YouTube-Karriere, wenn ich hier verliere. Du bist schuld. Jawohl, find ich gut. Danke. Aber endlich unser Rohr vor dir. Danke. Jetzt weiß ich, woran ich bei dir bin. Ich hab dich trotzdem nützt, weißt du doch. Oh, hier unten wird's eng. Scheibenkleister. Verdammt. Naja. Du hast gestört. Ja, stehst du drauf. Ich hab ne Runde gewonnen, unfassbar. Unfassbar. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Geise. Also wie kannst du bis zu 27 Punkte haben? Weil ich kann und du nicht. Nur weil du tippen hast, das wissen alle. Dich, ja. Deshalb lassen die dich gewinnen. Achso. Ja, Ella lässt sofort darauf Schlussfolgerungen, dass du eine Frau bin. Ja, aber im Internet, wenn da ein Frauennamen ist, dann ist das meistens Kerl. Oh. 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 Hast du grad gekommen? Warum fahr ich da lang nicht? Depp. Ey, meine Tastatur spinnt aber auch. Du spinnst. Ja. Mhm. Oh Gott, wie peinlich. Das passiert sonst immer mir, um erst zu sein. Ach naja. Wie war das enges Demo? Oh ja. 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 Da warst du doch ein bisschen zu eng. Egal, der hat eh schon gewonnen. Jetzt greif ich an. Das ist wie ein Counter-Seug. Die erste Runde in Counter-Seug hier im Adventskanal natürlich. Da hab ich auch voll versagt und im zweiten bin ich voll abgegangen. Ja, das sagst du jetzt. Ilso. Das sagst du Ilso. Digga. Digga, du kannst nicht mehr. Digga, nein du. Du Cheeseburger. Komm mal. Hey. Emd. Lappen. Was denn jetzt? Minus 15, leckt mich doch. So, einmal auf Leave klicken bitte. Ganz so blond bin ich nicht. Ja, aber du bist eine Frau. Toll, alle gehen. Die mögen dich nicht. Keiner mag dich. Ja, weil ich gut bin und die nicht. Weil du eine Frau bist. Hallo. Ich wollte gar nicht so viele Frauen mit zu bringen. Du hast noch keine einzigen gebracht. Ja, das sind einfach nur... Die waren flacher als Daniels Witz in deinem Adventskalendertürchen. Ja. Ja. Ja, was ist jetzt hier? Oder sollen wir kurz ein Spiel alleine machen? Komm, wir machen alleine und dann mach ich dich fertig. Das wird peinlich für dich, ne? Weil wir haben eh schon 10 Minuten und jetzt noch eine Runde, das wird uns zu lange dauern. Ja, na dann. Wo bin ich denn? Ach so. Sagst du... Ach so, die können immer noch reinkommen, glaub ich. Na egal, ich mach ich kaputt. Oder nur zugucken. Nein, was hängt denn jetzt hier? Wo fahrst du denn grad hin? Bei mir hängt's? Ja, ja, ja. Hätt ich jetzt auch gesagt. Na, wirklich. Bei mir hängt's komplett. Ich hab eigentlich um euch das Glück. Na ja. Was macht denn jetzt mein scheiß Ding, wo bin ich denn jetzt? Ach, da bin ich. Oh, gott. Ich häng schon wieder auf. Ne, jetzt nicht. Gut. Ich dachte wir müssten die Aufnahmen neu machen. Das wär ja so schade. Ne, ne, ich bin gerade... Ne, ne, ich bin gerade... Oder in der Lobby. Na ja. Und die sind direkt auf mich gegangen. Du hast in der Zeit Punkte machen können. Und ich war direkt tot. Und jetzt sieht man nämlich, wer der bessere Kaufjahrspieler ist. Ah, definitiv du. Äpf. Du oder was? Jo. Ah ja. Das war dumm. Ah scheide. Nein. Ah. Hehehe. Fack. Hehehehe. Hehehehe. Ah. Haben wir heut Hexen macht? Scheint schon. Ja, hier ist doch gut. Wack, 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 wack. Wacka, wacka, der Punkt war meiner. Ja, wie geht's so? Geise, das war peinlich. die blamage des tages ich mach das extra extra so ich bin immer schlecht die leute weil du mich so sehr lieb hast nein nein die leute denken dann ich bin extrem schlecht dann kommt ihr auf tss um mich fertig zu machen dann mache ich sie fertig ja jetzt hast du deine taktik verraten und das war sehr dumm von dir ja das war ein dummes glaube ich habe mich reingefahren einmal von hinten wieder jetzt das drauf machst du mit kai hier sind wir mal schöne grüße an teil bitte eben was ausrichten ich habe mich lieb ich dachte jetzt irgendwas böses ist ja langweilig ich hab dich lieb ich bin doch gar nicht fies ich bin der liebste kerl was nix du bist ein Arschabschlusser tot ja du bitte hier nicht so viele Schimpfwörter das gibt es doch nicht man ich habe in zweieinhalb jahren wo ich hier youtube videos mache vielleicht zwei drei Schimpfwörter gesagt jetzt kommst du und haust hier alles raus benutzen solche bösen Wörter nicht jetzt muss ich wieder in die Kirsche beten gehen oh man alter wir müssen doch noch eine runde machen guck mal ich freue mich auf die kommentare oh Franzi steht gell ja ich bin seine Freundin muss in den Bein hallo ich muss das Video ein bisschen schneiden geh weg von mir ja oh ist das dein ernst ist das dein fucking ernst alter ich hab dich auch lieb ganz gerne ich hätte fast was anderes gesagt ja ich weiß was du fast gesagt hättest ja ich könnte dir jetzt einen Heiratsantrag machen live auf youtube die Frage ist ob ich ja sage Big Mac willst du mich heiraten nein danke der war romantisch der Heiratsantrag ich hab aber gesagt nein danke cheeseburger schade wie kommst du dort durchs Loch mehr Glück als Verstand was ich ne ich geh bei mir leck doch die Mieternpubs so siebenzreitatz gefällt mir zwei Punkte waren eigentlich unnötig aber ja die gönne ich dir hast ja sonst nichts komm ja aus dem Osten ja genau du mich auch ok pfff oh war das Aua tut weh ne tut weh gegen mich zu verlieren komm tu nicht so gegen Saarländer zu verlieren tut weh kleine niedere Volk des Mannes ey wir haben die geilsten Kerle NAH ey ich hab das NAH oh also ich hab ein Rohr er muss jetzt nach dem Video ja ne das sag ich jetzt nicht das ist echt zu pervers damit du musst daraus schneiden du musst nicht jeder wissen was du jeden Tag machst du warst ja auch mal den Mario Kart dabei Anfang des Jahres ganz lange her da war es auch schon pervers oh ja da haben alle kommt jetzt nur beim Sex das hast du jetzt gesagt da haben alle kommt hier Gunas verliebt ja bist du doch nein das nein war aber jetzt sehr klein laut mein gut bin ich gar nicht so also jeder der dafür ist dass du verliebt ist könnte ja mal ganz zufällig also das waren vom Jahr denkst du ich bin ein Jahr verliebt in eine Frau ja gut schneide auch wieder ja ich hab gewonnen chili ja noch ne Runde bitte jetzt zufällig nein 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 das Video wird dann zu lang das passt oh man ja ich äh das hat er hier die Runde hat gezeigt wer der Bessere ist du kannst mir Arschloch heißen immer in einem Punkt noch gewonnen egal das andere vergessen hier dann äh werde nie wieder mit dir nie wieder nie wieder okay damit kann ich leben ne eigentlich nicht äh ich hab dich nicht mehr lieb ne das weiß doch ja ja ich bedanke mich bei dir dass es doch doch geklappt hat grad so ja noch irgendwas zu sagen die ganze Welt hör zu dass du ein Arsch bist wissen wir alle ja also von daher muss ich nicht weiter irgendwas sagen ich hab dich auch lieb ich weiß ich dich auch ganz ja gut dann sehen wir uns morgen bei Türcher Nummer 12 machts gut und ciao ciao tschüss 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 tschüss